Heute spielt Lu zum ersten Mal Brawl Stars. Lu, sag mal hallo. Hallo Boxer. Hm, hallo. Mal gucken, was sie eingibt. V, B. Okay, also gut. Dann ist das jetzt Lus Brawl Stars Account. Und wir setzen uns jetzt nicht aufs iPad drauf. Das machen wir natürlich nicht. Wir gönnt sich erstmal das Leckerli. Gut, also sie hat den Namen gewählt und der Name ist nicht erlaubt. Ey, komm, okay. Wisst ihr was, Leute? Dann nennen wir uns doch einfach Lu, oder? Oha. Oha. Ich helfe da natürlich ein bisschen nach. Alter, Lu. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Das wäre natürlich geil. Lu zieht Lu, aber na gut. Alter, also Luck war hier wirklich noch nicht so viel am Start. Ich würde fast sagen, Leute, wir machen es kurz und schmerzlos. Lu bekommt jetzt ihren ersten legendären Brawler. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Lu. Fein. Super.